In der Reihe geht es flüssig und eng voran. Dank an der Sprechung von Philippe und Ariens, Jotgen, wir können Ihnen sagen, dass die Politik, die einen Platz aufgeräumt, ist in diesem Moment wichtig, dass die Sport auf der zweiten Platz in der Marathon. Und Christoph Sandmann ist jetzt aufgeräumt. Es ist also ein sehr intensiver und hoches Sportlevel hier im Aachen. Im Hintern des Sieben bei Starak unterwegs, Eismann Chardon. Da geht es auch ein wenig langsam voran. Es ist auch immer, die haben schon vor dem Komplettischen Volk, so, mit dem politischen Gentleman at this moment. Amazing. Die letzten drei, die machen es unter sich aus, und welch ein Wettkampf und der Boyd-Excel nach wie vor mit seiner Kampfansage auch im Hintern des Super-Fußbein. Vielen Dank.